harte arbeit so hat ross anthony 20 kilogramm abgenommen ross anthony 49 hat sehr an sich gearbeitet der brite ist ein richtiges multitalent der entertainment branche seit jahren ist er erfolgreich als schlagersänger nahm bereits an zahlreichen tv-shows teil und ist außerdem als moderator aktiv in den vergangenen monaten setzte er den fokus auf sich und seine gesundheit mit erfolg er nahm 20 kilogramm ab wie diszipliniert ross dafür sein musste verrät er jetzt wie der 49-jährige im gespräch mit rtl erklärt stellten er und sein mann paul reeves 49 ihre ernährung komplett um wir haben viel weniger gegessen wir haben immer dem anderen geholfen wenn er einen schwachen moment hatte drei gesunde mahlzeiten und ab 18 uhr nur noch etwas zu trinken schokolade und kuchen gönnten sie sich aber trotzdem mal zudem habe viel sport auf dem programm gestanden dreimal in der woche schwimmen sowie tennis am effektivsten sei aber golf spielen gewesen weil man auf dem golfplatz auf jeden fall sechs bis sieben kilometer läuft auf seinen abnehmer volk ist der ex-brose sänger mächtig stolz von 106 kilo auf 86 kilo runter danke für eure tolle unterstützung und geduld ich flippe gerade ein bisschen aus schrieb ross ganz emotional unter ein vorher nachher bild von ihm auf instagram darauf sieht man ihm deutlich an wie viel schmaler sein körper nun ist das ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017